Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu dieser neuen Folge Dead by Daylight. Es ist ein Mitschnitt aus dem Stream. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Wir spielen als Vierer-SWF, wir reden aber nicht miteinander. Das haben wir halt nicht gemacht. Aber die Runde war irgendwie trotzdem ganz lustig und ganz interessant. Am Anfang passt man auf, vielleicht kennt ihr diesen Trick ja noch gar nicht. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und bis ganz bald. Adios! Die meisten mögen die Map nicht, besonders Konsoleros sind entweder AFK oder Troll nur. Die Map ist halt... Ich weiß nicht, haben die an der Map an sich was geändert oder ist die Map immer noch so? Ich hab die Luke! Leute! Hier ist die Luke! Susi! Guck mal, hier ist die Luke. Hier. Jetzt müssen wir uns so noch merken, wo wir sind. Äh, an einem Ausgang. Schade. So, Sopja, während du das Totem weggemacht hast, haben wir uns um die Luke gekümmert, okay? Wir wissen, wo die Luke ist. Hä, aber das ist mir noch nie aufgefallen. Dass man so, dass man so, dass man das so deutlich doch auch sieht. Aber krass. Toll, das ist nicht mal leer. Leertaste. Äh, Leertaste. Die Karte aktiv machen und dann Leertaste, glaube ich. She wants me! Es leuchtet! Ich glaube, Susi hat die Luke markiert. Das ist eine gute Idee. Die Runde läuft ja ebenso grandios wie die davor. Luke ist markiert. Yes! Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber es können ja, glaube ich, nicht alle Karten markieren. Es geht ja, glaube ich, nur, wenn du so einen Stempel-Add-On drauf hast, oder? Wie lustig! Mensch, Nico! Wir machen mal Totems. Wir machen alles, außer Generatoren. Oh, das Tobia arbeitet. Oh, das ist das. Also irgendjemand arbeitet die Runde, das ist gut. Aber die beiden Jens sind dort hinten angegangen, wir müssen die ein bisschen verteilen, wenn möglich. Hallo Karin! Ach, schade! Aber was hatten die für einen Addon mit, das, guck mal, dieser gelbe Balken. Der ist nie voll, wenn die jemanden schlägt. Da ist immer schon bei der tiefen Wunde so ein Stück, was fehlt. Das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Ah! Ja! Ich wollte gerne den Jens fertig machen. Aber die Jens bei der Shack müssen weg. No, du gehst Susi holen. Nein! Nein, Dystopia, du sollst Susi holen. Susi ist gleich tot. Dystopia, was machst du? Ich darfst du, gehst Susi holen. Ah, scheiße. Dystopia. Oh, Gott sei Dank ist sie andersrum. Ich starr mir so, Dystopia, was machst du? Ich zeig noch, Dystopia, geh. Geh, geh sie holen. Und dann setzt er sich an Jenny. Ah, herrlich. Oh je, das tut ihr aber gejagt. Oh je, das tut ihr aber gejagt. Dystopia will die Luke. Okay. Oh je, das tut ihr aber gejagt ist. Okay. Bringst du einen Killer? Macht der Killer? Eigentlich müsste die Luke ja da sein. Die Luke ist da. Ist die Hoffnung, dass da ein Schlüssel drin ist? Ja. 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 Das trifft die trotzdem, ey. Schade, das schaffe ich nicht. Ja. 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 Schade. Ja. 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 Wäre ich nicht verletzt gewesen. Sie wusste, wo die Rüge ist. Sie kam halt direkt dahin. Und dann hat sie meine Blühwürmchen gesehen. Manu! Da haben wir die Luke vorher schon gefunden und dann darf sie es. Punkte technisch war aber trotzdem okay. Danke. Danke. Musik